Namaskar Ustrasana ist das Kamel mit Händen in Grußhaltung vor dem Herzen. Komm in die aufgerichtete Kniehaltung, beuge dich nach hinten und gib die Handflächen zusammen vor dem Brustkorb in Ehrerbietung vor der Tiefe deines Wesens und in Ehrerbietung vor dem Himmlischen. Das ist auch eine Zwischenstation zum vollen Kamel. Von hier könntest du jetzt auch die Arme nach oben und nach hinten geben und dann mit den Händen auf den Boden kommen, aber dazu gibt es viele weitere Videos, wo du das genauer schauen kannst. Wenn es dir gefällt, klicke schnell Daumen hoch oder gefällt mir und teile das Video mit anderen. Raffaella, Durga, das Hinter der Kamera und Zuckade wünschen dir viel Freude hier bei fortgeschrittenen Rückbeugen.